Hallo liebe Zuschauer, ich hatte heute einen super geilen Rift und den wollte ich einfach mal euch auch zeigen, es ist wirklich ein riesiger Rift, das seht ihr im Video, die Karte ist riesengeil und es waren so viele Elite-Mobs, ich kann es euch gar nicht sagen, um jede Ecke, man geht 20 Meter, also 20 Diablo-Meter und schon ist schon wieder ein Elite-Mob. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit der Gruppe und ich wollte es euch einfach mal zeigen, so als kleines, ja, privates Video, worüber ich mich einfach freue und dann sage ich, ciao, ciao, wenn euch der Rift gefällt, lasst doch eine Bewertung da, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.